Hallo zusammen, wir sind hier beim Hebiesen. Mein Name ist Robert Grimm und wir erzählen etwas über die Tegli- und Hechtfischerei mit der Fliegerroute. Thomas hat hier vorne etwas vorbereitet und wir schauen uns gleich, was er uns zu erzählen hat. Ich wollte euch kurz zeigen, wie einfach die Fliegerfischerei auf Hecht und Egli ist. Es braucht nur ein paar wenige Komponenten. Beim Hechtfischen ist das eine Fliegerroute Schnurklasse 8-9. Beim Egli-Fischen dürfen sie ruhig kleiner sein, 6-7. Die Montage ist wirklich super einfach. Wir haben hier das Ende der Fliegerschnur. Wir nehmen ein Stück Fluorocarfon, ein guter Eter-RFC. Wir machen hier einen Loop rein. Das ist der Perfektion Loop. Man kann an und für sich einen beliebigen Loop machen. Der Schöne und Perfektion Loop ist einfach, dass er wirklich steckengrad vom Vorfach weitergeht und nicht so lief auf die Seite herausschaut. Das vorige Ende müssen wir abschneiden. Das Laufen-in-Schlaufen-Verbindung. Wie man es kennt. Ganz vorne macht man den Streamer an. Entweder mit einem Rapala-Knoten. Oder mit einem kleinen Snap. Wenn ihr einen Snap nehmt. Schaut einfach darauf, dass ihr einen nehmt mit einem grossen, runden Bogen vorne dran. Damit der Streamer auch ein schönes Spiel hat. Und was machst du da für einen Knopf? Der ganz klassische Knopf, wie man jede x-beliebige Fliege sonst auch anknotet. Mit den 5 umdrehen. Durch das Öhr durch. Befürchten. Zusammenziehen. Das vorige abschneiden. Vorne den Streamer einhängen. Je nach Belieben. Eine kleine Auswahl dabei haben, ist sicher nicht verkehrt. Und das wäre es schon. Kann schon losgehen mit der Fischerei. Beim Heckfischen sieht das nicht viel anders aus. Ganz klar schalten wir dort den Stall vorschalten. Das kann man selbstständig selber machen. Es gibt aber tolle, fertige Produkte. Die fix fertig montiert sind mit dem Einhänger dran. Dementsprechend zum Fischen einfach grösseres Streamer. Damit es ein anständiger Happen ist. Für den Heft. Also ihr seht. Das alles ist überhaupt keine Hexerei. Innerhalb von wenigen Minuten erklärt, worum es geht. Mehr braucht es nicht. Wenn ihr selber schon Fliegerruetenrollen habt. Wir beraten euch gerne jede Zeit, ob ihr das brauchen könnt. Oder ob ihr das ergänzen könnt. Falls nicht. Es gibt also auch sehr vernünftige Sets. Mit gut 300 Franken sind ihr dabei. Da ist alles komplett drin. Fliegerrueten. Mehrteilung mit dem Rohr. Rollen. Entsprechende Schnur drauf. Vorfach. Alles fertig. Wir müssen es nur in die Hand nehmen. Das Treimer vorne hin. Fertig. Dasselbe auch für die tägliche Fischerei. Das selbe selbstverständlich auch für die tägliche Fischerei. Ich hoffe, dass es euch etwas weitergebracht hat. Ich würde mich freuen, mal einen von euch zu sehen und sehen, wie wir so fischen. Bleibt gesund. Bis bald. Danke euch. Gute Zeit. Danke. Ciao zusammen.